Stimmt, wir können eigentlich auch Duo-Rank-Games spielen, wenn du Lust drauf hast. Ja. Mhm, Rank ist jetzt verfügbar. Könntest queue Duo-Rank, willst du? Komm, wir machen. Ist ja im Grunde das gleiche Game, oder? Jaja, du kriegst halt noch irgendeine spezielle Währung, mit denen du dir irgendwelche Sachen später kaufen kannst. Also so wie bei Overwatch halt. Na hier, Rewards. Gain Prestige Points for playing Ranked Matches at the end of the season. Kann ich nicht lesen. Geht aber schnell. Okay, das kotzt mich jetzt schon an, dass die Leute immer direkt rausquitten. Äh, da ist mein Held schon gepickt. Ich will nicht mehr mit. Dauert auch so Ewigkeit, bis irgendwie die Pütte kommt. Da musst du schon gleich Copypasta machen. Please ban Seren. Das reimt sich auch noch. Ich kann nicht Copypasta machen, weil das in dem Spiel nicht zugelassen wird. Ich kann nicht markieren. Oh Mann. Kannst du vielleicht außerhalb des Spiels Copypasta? Wahnsinn, da hätte ich 30 Sekunden gebraucht, um das zu lesen und dann zu banen, was vorgeschlagen wurde. Du kannst aber auch außerhalb des Spiels Copypasta machen. Was? Außerhalb? Außerhalb des Spiels kannst du Copypasta machen. Ja. Textartei öffnen. Zwei reintippen. Das müsste ich jetzt dann noch machen. Ähm. Ich hab's jetzt schon gemacht. Ich hab's Please ban Surrender jetzt drin. Okay, Greysack. Okay. Surrender is a good ban. Ja. Willst du noch supporten da? Ich will immer noch supporten. Oh. Der Fisch ist weggepickt. Nämlich jetzt Quark oder? Nämlich mal Lola. Was hab ich denn jetzt hier drin? Ja. Was hab ich denn jetzt hier drin? Oh. 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 Ja. Swappen jetzt noch. Wenn du jetzt... Wollt. Hm? Ich meine... Ich meine... Ich meine möchte keiner noch swappen. Ja. Für den First Pick halt nur zum Backpicken. So. Catalyst. Äh. Passt so. Glaub ich. Schauen wir noch mal wie's wird. Die müssten ja jetzt im ganz normalen Casual-Bereich eigentlich sein. Wo alle anfangen. Was auch. Die sind jetzt alle... Diamond oder was auch immer es hier ist. Also auf jeden Fall ist der Nix schon mal über Level 80. Aber Prospect hat was? Ne. Dieses komische grüne Ding. Kriegst du ab Level 80. Okay. Prospect kriegst du alle 50, glaub ich. GG. Surren. Ne. Die ist nicht in game. Aber ich sag mal so... In... In Nix... In Nix hat nicht so viel Outplay-Potential, finde ich. Da schießt halt einfach drauf. Mission starting. Okay. Du musst das Timing hinkriegen für die Ulti. Aber ansonsten... So. Wo lauft ihr hin? Ich bin... Bin dafür, dass wir eigentlich hier so... Dahin, so in die Richtung. So. Dahin geh ich. Ich muss mal Energie sammeln hier bisschen. Wir sind von einem Geist. Rampart ist nicht der Go-Deep. Charakter... Wie ist der Go-Deep? Ja, Titus oder Asana... Ist die... Der Go-Deep. Titus sogar noch mehr, ja. Energiefarmer. Ja. Sonst kann ich euch nicht so gut heilen. Hast du das unsichtbar? Ja. Ne, hast du nicht, ne? Unsichtbarkeit angreifen. Guck mal, hat schon geholfen. Wer hat denn noch gezählt in der Runde? Wo läuft's denn durch hinten? Nein, wo läuft ein Grey hin? Du bist da, okay. Äh, okay, Grey teleportiert sich drüber. Mitlaufen irgendwie, nach Möglichkeit. Jetzt rennen schon wieder alle von mir weg. Ich bin der Support. Und alle rennen von mir weg. Extrem anstrengend. Ne, warum ist der jetzt schon unsichtbar? Das verstehe ich nicht. Läuft. Gib mir Energie! Oh, ich hab nix neben mir. Ja. Der schießt auf mich. Demnach. Oder auf dich. Mal sehen. Wir wollen unbedingt den Fisch töten. Oh, der hat auf Grey geschossen. Das find ich ja noch besser. Und der ist nach unten gelaufen. Guck mal, ich seh ihn. Und was wird man, dass mich Aurora jetzt andischt? Asana? Ne, Asana meine ich, ja. Irgendwie vielleicht einen weiter nach unten gemacht. Wenn sie mich andischt, steht sie genau da. Das nix mich ignoriert, find ich geil. Also, find ich echt fett. Okay, die gründlich alle. Mega nice. Besser kann sich nicht mehr aufwenden. Dann hab ich bisschen zu viel zugetraut, glaub ich. Hä? Ach so. Okay, der Doppel ist fies. Oh, guck mal, alle in einer Reihe. Hm. Sollte ich dashen, oder sollte ich nicht dashen dafür? Ach komm. Still stehen. Äh, du kriegst von mir auch ein Schild. Und ich reak die Gegner dafür auch noch. Ja, super, top. Das klingt so ironisch. Ja, super, top. Nein, das ist super, toll. Das kriegen wir noch weiter. Bring die Gegner um. Kill sie mal. Das braucht man eigentlich nicht machen, wenn du das Schild machst. Weil du wirst dann meistens eh nicht bewegt. Ich kann nur nicht ganz alle aufwischen. Oh fuck. Ja, das ist nicht gut. Oh fuck. Wir machen zwar gut Damage, aber das wirft alles bis durcheinander. Aber das Humik hat mir richtig gut geholfen. Mhm. Ich muss aber jetzt eigentlich ihn heilen. Zu unserem Problem. Vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich einfach nur dashen. Oh, ich muss noch dashen. Ich weiß noch nicht wohin. Ich geh da hoch. Oben, nach unten. Nach oben. Die Grey rennen ganz schön weit weg. Das ist nicht so cool. Die Asana ist noch gar nicht gedasht, ne? So, hier. Heidung. Schön. Du kriegst 40 Heidung. Das muss ja wohl erstmal eine ganze Weile reichen. Wie wird der Dash noch? Weiß ich nicht. Wenn die sich den Dash zum abhauen bewahren wollte, dann ja. Aber normalerweise geht man damit rein. Dachte ich so. Jetzt hab ich ja noch so gespielt. Du musst nicht fallen. Na, der ist da. Ach, schon wieder? Wie oft hat sie das denn? Ich glaub, da sind die Dinge drin, dass sie, wenn es nicht kein Triff ist, weniger cool ansieht. Ja, anscheinend hast du es direkt wieder. Sie sind nicht mehr dashen. Ich glaub's nicht. Ach so, deswegen hast du es geschossen. Hm, ich dachte, es ist der erste vor uns oder so. Ich glaub nur nix an dem Ding rein. Und die tank ich jetzt. Ich mach da nochmal so. Aber so richtig cool ist das nicht. Weil so viel Dingens hab ich nicht. Okay, er will nochmal blocken. Ich weiß nicht, ob nix an der Ulti hat. Das ist auch nicht zu sehen, ne? Äh, kann auch nicht. Ja, da kriegt er eine Doppelheilung von ihr. Wenn er diesen Heilungsmod drin hat. Ach, nöööööö. Ach. So viel dazu. der stadt doch rein ist komisch nur verbündete sie kann nur zu verbündeten hin holten ziemlich limitierend bei also anna sag ich kann sie wird das ganze mal angreifen wahrscheinlich den zumindest zumindest ich habe jetzt okay ich bin gerade nur am weglaufen aber er hat gar nicht den heilungsmord drin aber er blockt da ganz gut ich bin jetzt ein bisschen ernsthafter dich kann ich übrigens nicht heilen weil ich den erhöhten erhöhten heilungsmord drin hab ich ne time bank verbraucht ich glaub das war nicht so schlau und läuft nix rein oder läuft er weg wenn er rein läuft das war auch ne gute ulti watch out for the undertow it's a doozy ja macht auf uns beide ich muss hier marschieren sie wird holten sie wird holten mehr kann ich gerade nicht tun die wird nicht normal schießen glaub ich ja die wird nicht normal schießen lol das kann man blocken ich wende deswegen hat er abgeblockt weil das als wand zählt mega nice ich dachte das geht nicht ich bin einfach nur gut aber drinnen mod was wer hat welche wieso läuft der da durch da geht doch überhaupt keinen sinn ich kann euch beide heilen ähm fuck asanas hier asana kann zu euch hoch springen ne die greife ich nicht an das ist jetzt aber offensichtlich wo du hingegangen ist ich glaub wobei mehr als 10 heilung krieg ich halt nicht hin von daher könnte schon tot sein ne nix heilt von daher alles noch oh no ich überlege noch eine runde yay noch überlebbar oh jetzt bin ich vielleicht ein bisschen arg weit weg von euch mega kacke zumindest mal entschuldigen ja ziel in spiel online mh der überlebt das aber und greift sie nicht die andere seite an die suki gleich beide tot sind mega kacke oh shit der fischer Da hat er nicht gesehen. Ah, da kommt die Ulti. Na? Na, war klar. Fakte, wissen ja, wo ich bin. Nicht gut. Ich glaub, den kann auf mich schießen. Floating on. Ah, das könnt ihr wahrscheinlich schaffen. Ja, nichts kann mich wahrscheinlich treffen, dann bin ich halt tot. Ich krieg halt noch 5 Heilungen davon. Ja, jetzt schießt du auf mich, oder? Ne, das schießt nicht auf mich. Lol. Eine Kraft aufgerufen. Und damit geht auch das Ding ins Weg. 4 Turns left. Ey, ich muss mich nochmal heilen, ne? Ich hoffe, das ist okay. Wo sind die Leute hingelaufen? Ist mir wohl nichts das jetzt? Bist irgendwo hier drüben, oder? Oh, da vorne. Na, da mit da hin. Aber du müsst jetzt sterben. Ja, auf die Sicht. Ne. Fuckies. Aber Nix ignoriert mich gekonnt. Also, der hat nicht einmal auf mich geschossen. Obwohl er das mehrfach gut gekonnt hätte. Achso, du dachtest, er stirbt so. 3 Turns left. Ich versuche nochmal hier ein bisschen was zu saven. Aber dummerweise kann mich jetzt Ding ins Suki böse erwischen. 2nd Wind. Ach. Oh Gott. Geweakt. Auf der Ult. Da dumm. Gut, dass ich geweakt hab. Der stimmt halt immer noch nicht. Hat auch hell. Sehr gut. 2 Runden müssen wir noch überleben. Ich hab Ulti wieder. 2 Turns remaining. I could do that. Hot to the touch. Okay, dass Rampard nicht jumpt hab ich mir jetzt schon gedacht. Weil der hat nur seine Ulti zum Jumpen. Und... Nö. Bis ne scheiß Posi zum Jumpen, wo er grad ist. Der hat aber hier auch gewohnt. Die hat aber hier auch die ready. Airstrike Emanent. Target Profile. Wanted. Diyor oder live. 5 1 Turn remaining Der ist die letzte Runde definitiv T-Shirts. Ich hab meinen Katalyst immer noch. Ich nicht. Ja ich bin auch zu Support. Er kann halt nicht getroffen werden. Nice. Zweimal hat er jetzt in dieser Runde geblieben. Der sagt einfach NÖ. Deswegen nimmt man den. Aber das haben sie geändert, dass das so richtig als Wand zählt. Also als komplett vollwertige Wand. Das war früher nicht so. Deswegen nehme ich immer die Mod mit, dass ich durch Wände schießen kann. Einfach schon mal mit so'n Scheiß nicht passiert. Oh. Hätte ich sogar davor werfen müssen. Ich hab noch die Tür gekriegt. Cool. Quests fertig. Habe ich irgendwie drei. Ich hab grad drei Quests abgeschlossen. Und hier zwei von diesen komischen. Ne was? 10? 20 hab ich bekommen. Von diesen. Ich hab 10 Punkte. Die größte 20. Ich hab drauf gemacht. Da stand plus 2 plus 8 plus 10. Ne das ist 2. Ach ne total. Total ja. Ok 10 hab ich auch bekommen ja. Ja. Ich glaub du kriegst für jedes Mensch kriegste 2 und wenn du gewinnst kriegste 8. Wahrscheinlich ja. Wenn du verlierst, kriegst du vielleicht nur 5. Keine Ahnung. Ich hab Chapter 2 completed. Wuhuu. Ich hätt jemand geedit. Was hast du das Chapter 2 completed? Ja. Ich hab Chapter 2 completed. Green Cuts hat mich grad geedit. Hä? Ah jetzt seh ich ja auch. Es gibt ne Freundesliste. Wer wie viele gespielt hat und so. Und wie gut man wahrscheinlich ist. So ich muss jetzt nochmal zwei Lootmatrixen öffnen. Ich hab halt wirklich zwei Lootlevel gemacht. jetzt gerade. Krass. So viel. Ja ich hab drei Quests abgeschlossen. Mhm. Naja. Dann kriegst du viel. Nein nicht schon wieder diesen komischen Lockwood Emoticon den ich schon zweimal hab. Ich meine es sind immer noch 300 ISO aber ich hätte lieber was anderes Liedernis sonst. Oh man.